Musik So geil, was geht das? Schaut euch das an. Das ist die echte, große Zeitmaschine. Und wenn man draufdrückt, macht sie sogar tolle Geräusche. Da werdet ihr euch alle freuen hier. Alle 10 Sekunden werde ich da draufdrücken. Und es hat 10 verschiedene Geräusche. Hier. Das gibt es für den Mitarbeiter des Monats. Vorwärts werde ich euch nerven. So, jetzt können wir arbeiten.